Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Wenn du auf dem Marktplatz Ebay verkaufen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Denn mit diesem Video möchte ich eine Schritt-für-Schritt-Einleitung beginnen und dir zeigen, wie du dir ein gewerbliches Konto bei Ebay erstellen kannst und bis hin zum ersten verkauften Produkt auf dem Marktplatz Ebay. In diesem Video beginnen wir mit der Registrierung und der Anmeldung für ein gewerbliches Konto bei Ebay und möchte dir zeigen, wie du das Ganze korrekt erstellst. Viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Ja Freunde, wie angesprochen, lass uns mal einen Blick drauf werfen, wie wir denn bei Ebay ein gewerbliches Konto erstellen können, was wir beachten müssen und wie wir das Ganze erfolgreich aufziehen können. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen und du möchtest die Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Marktplatz Ebay, aber auch weitere Marktplätze nicht verpassen, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und falls dir dieses Format gefällt und du noch mehr davon sehen möchtest, dann gerne Daumen hoch jetzt schon. Das motiviert mich für viele weitere Videos und wir können hier als Community gegenseitig uns unterstützen. Alle Informationen, die ich hier gleich bereitstelle, findest du unten in der Videobeschreibung, aber auch oft hier oben in der Infobox, wo ich dir verschiedenste Videos zur Hilfe verlinken werde. Wie du siehst, befinde ich mich hier schon auf der Seite von Ebay und hier haben wir ein paar Informationen zum gewerblichen Konto bei Ebay. Und hier werden wir uns mal das Ganze, bevor wir überhaupt die Anmeldung starten, einmal durchschauen. Also bei Ebay ist es so, nicht vielleicht wie bei anderen Marktplätzen. Bei Ebay kannst du nämlich zwei verschiedene Konten haben und zwar ein privates und gewerbliches. Jetzt stellst du dir sicher die Frage, welches brauche ich denn? Denn ich würde in jedem Fall ein gewerbliches Konto erstellen, wenn du gezielt Produkte verkaufen und gewinnbringend verkaufen möchtest. Jedoch kannst du trotzdem da zwischen wählen, zwischen privaten und gewerblichen. Wir schauen uns gleich die Bedingungen an, wann du unbedingt ein gewerbliches Konto brauchst. So, viele unterschätzen Ebay und denken, bei Ebay kann man nichts verkaufen. Ich bin mittlerweile schon fast 15 Jahre auf dem Marktplatz Ebay unterwegs und habe meine Selbstständigkeit bzw. mein Handel auf dem Marktplatz Ebay begonnen und weiß, dass Ebay sehr, sehr umsatzreich ist und sein kann. Wir haben hier zum Beispiel 18 Millionen aktive Nutzer und das alleine in Deutschland. Dementsprechend ist das Potenzial groß hier auch als Händler vertreten zu sein, um seine Produkte an die Käufer weiter zu verkaufen. Hier bietet Ebay auch verschiedenste Webinare an, um hier noch mehr Informationen zu ziehen. Aber ich werde hier auf diesem Kanal natürlich selbstverständlich auch alle Informationen bieten, um hier ein erfolgreiches Konto aufzubauen. So, dann kommen wir zu dem Punkt, was brauche ich oder brauche ich überhaupt ein gewerbliches Konto? Und das kannst du dir in diesen vier Antworten eigentlich ganz plausibel erklären. Wenn du viele Artikel verkaufen möchtest, brauchst du ein gewerbliches Konto. Wenn du zum Beispiel Artikel selber herstellen möchtest, auch dann ist es gewinnbringender Verkauf. Dementsprechend auch dann ein gewerbliches Konto. Artikel kaufst du bei Ebay günstig ein, zum Beispiel durch eine Auktion und verkaufst diese dann weiter auf Ebay selbst oder auch anderen Marktplätzen. Auch dann ist es eine gewerbliche Tätigkeit. Und wenn du bereits außerhalb Ebay gewerblich bist, dann musst du auch natürlich bei Ebay gewerblich angemeldet sein. So, hier haben wir dann zwei Links, noch ein paar Informationen zum gewerblichen Konto. Das kannst du dir gerne mal anschauen. Du kannst hier ein gewerbliches Konto auch mit einer Apple-ID erstellen und so weiter. Wir werden uns gleich mal Schritt für Schritt anschauen, wie wir denn die Anmeldung vollziehen können. Dann haben wir hier den Link zur Registrierung von Ebay, schauen wir uns auch gleich an. Dann haben wir hier verschiedenste Grundsätze zum gewerblichen Verkäufer. Die solltest du dir auch unbedingt anschauen. Das werde ich im Grunde genommen alles in den weiteren Videos auch zeigen, Schritt für Schritt. Hier geht es im Grunde genommen um die Versandzeit, um die Versandregelungen wie Versandkosten und so weiter. Wir werden hier verschiedene Dinge machen müssen, wie Zahlungsmethoden einstellen, wobei das Ganze Ebay schon umsetzt. Das Ganze musst du natürlich akzeptieren. Wir werden uns Rücknahmebedingungen anschauen, wir werden verschiedenste Rechtstexte auch einstellen müssen und vieles mehr. Das werden wir in den folgenden Videos machen. Dann kehren wir nochmal hier zurück. Wir schauen uns an. Wir haben hier auch die Möglichkeit, bei Ebay ein Shop-Abo abzuschließen für verschiedene Shop-Modelle. Das muss nicht unbedingt sein, zwingend, aber in vielen Hinsicht kann es Vorteile für dich bringen, wenn du viel verkaufst. Hier kannst du selbstverständlich dann Gebühren einsparen und gegebenenfalls auch viele Vorteile nutzen. Dann beginnen wir einfach mal mit der Registrierung. Den Link findest du auch unten in der Videobeschreibung oder sonst hier, wie ich auch darüber gekommen bin. Hier siehst du direkt bei der Kontoerstellung haben wir die Auswahl zwischen einem privaten Ebay-Konto oder einem gewerblichen Ebay-Konto. Hier hast du noch ein paar Informationen, die du anschauen kannst, wann du dein gewerbliches Konto brauchst. Aber das haben wir ja eigentlich schon geklärt. Bevor du überhaupt bei Ebay ein Konto erstellst, solltest du natürlich auch gewerblich tätig sein. Also eine Gewerbeanmeldung haben. Falls du noch keine Gewerbeanmeldung hast, dann schau dir gerne dieses Video hier oben an, wie du eine Gewerbeanmeldung beantragen kannst. Gerne auch unten in der Videobeschreibung. Und das solltest du zuallererst machen. Wenn du das dann hast, kannst du selbstverständlich dich hier registrieren und anmelden. Beim Unternehmensnamen musst du jetzt für dich entscheiden, was hast du für einen Unternehmensnamen für eine Rechtsform gewählt. In der Regel, wenn du nur einen Gewerbeschein beantragst, bist du mit dem Vor- und Nachnamen ein Einzelunternehmer. Das bedeutet, hier beim Unternehmensnamen trägst du deinen Vor- und Nachnamen ein, was ich gerade mal mache. So, des Weiteren haben wir hier die E-Mail-Adresse des Unternehmens, die wir angeben müssen. Die wählst du separat. Ich würde dir empfehlen, eine extra E-Mail-Adresse dafür zu erstellen, egal bei welchem Provider. Und dann kannst du hier dementsprechend das Ganze hier eingeben. Als nächstes gibst du dein Passwort ein und dein Unternehmensstandort. Hier unten ist neu dazu gekommen, ich möchte bei Ebay nur kaufen, ich möchte nichts verkaufen. Das bedeutet, wenn du gewerblich bei Ebay einkaufen möchtest, dann hackst du das ein. Ansonsten, wenn du, was wir ja hier vorhaben, erfolgreich zu verkaufen, dann unbedingt darauf achten, dass dieser Haken nicht gesetzt ist. So, ich habe meine Daten jetzt alle eingetragen und klicke jetzt auf Neu anmelden. Dann bekommst du eine Bestätigungs-E-Mail an deine angegebene E-Mail-Adresse und hier gibst du den Code dann dementsprechend ein. So, nachdem du das eingegeben hast, klickst du einmal auf Prüfen und es wurde akzeptiert. An dieser Stelle haben wir dann die Möglichkeit, den Ebay-Nutzernamen festzulegen. Dieser Nutzernamen kann irgendwas mit deinem Produkt zu tun haben, kann aber auch ein Fantasiename sein. Beachte nur, dass diesen Nutzernamen deine Käufer später sehen können und dich anhand dessen identifizieren können. Deswegen würde ich den einmal festlegen und kenntlich machen, sodass die Käufer dich später auch immer wieder finden. Du kannst jedoch diesen Nutzernamen immer wieder ändern und falls du den jetzt gar nicht angibst und noch nicht weißt, was dein Nutzernamen sein soll, dann wird es dein Vor- und Nachname sein. Du kannst es später in den Einstellungen, wenn du dann richtig startest, ändern. Ich gebe jetzt schon mal meinen Namen ein. Beachte bitte, dass du keine Leerstriche haben darfst, also Unterstriche und Bindestriche gehen wohl. Zahlen kannst du auch wählen, ansonsten bitte nichts anderes. Das akzeptiert Ebay nicht. Ich habe meinen Nutzernamen jetzt festgelegt und klicke hier dementsprechend auf Weiter. In diesem Schritt werden wir schon abgefragt, handelt es sich bei Ihrem Unternehmen um eine Gesellschaft? In dem Falle klickst du auf Nein, wenn du nur einen gewerblichen Schein hast. Wenn du aber eine Kapitalgesellschaft oder andere Gesellschaften gegründet hast, dann selbstverständlich auf Ja. Hier werden andere Auswahlmöglichkeiten sein. Ich werde es für die Masse hier als Einzelunternehmer machen, zumal ich auch ein Konto jetzt erstelle als Einzelunternehmen. Deswegen klicke ich hier mal auf Nein und klicke auf Weiter. Im nächsten Punkt haben wir hier Informationen, die wir angeben müssen zum Verkäufer. Da gibst du deine persönlichen Daten ein und klickst dann auch auf Weiter. Wenn du dann deine ganzen persönlichen Daten eingegeben hast, dann klickst du hier auch bitte auf Weiter. Ganz wichtig ist auch, die Telefonnummer korrekt anzugeben, denn hier erfolgt jetzt eine Authentifizierung und Bestätigung deiner Handynummer. Hier kannst du das Ganze per Anruf oder SMS machen. Ich mache das eben mal per SMS. Und dann bekommst du auch einen Sicherheitscode als SMS zugeschickt, was sehr schnell geht, wie du siehst. Ich gebe es direkt ein und klicke dann auch auf Weiter. Hier kommen wir zu dem nächsten Schritt und zwar die Unternehmensadresse angeben. Wenn deine Unternehmensadresse zu deiner privaten abweicht, dann solltest du dementsprechend diese angeben. Wenn alles über deine Unternehmensadresse läuft, dann gibst du hier einfach nochmal die gleiche Adresse ein, die du bereits eingegeben hast. Wenn du das dann getan hast, klickst du auch nochmal wieder auf Weiter. In dem nächsten Schritt müssen wir unser Bankkonto festlegen. Das ist das Bankkonto, wo natürlich Gebühren abgezogen werden, aber natürlich auch die Erlöse eingezahlt werden oder überwiesen werden. Und hier musst du dementsprechend deine Bank jetzt suchen. Deine Bank sollte im besten Fall ein Geschäftskonto sein. Wenn du aber bislang noch kein Geschäftskonto hast, dann kannst du selbstverständlich auch deine private Bank erstmal nutzen. Später kannst du das Ganze nochmal umstellen. Wir klicken auf Finde meine Bank. Dann kannst du hier dein Online-Banking anmelden. Ich klicke auf OK. Ich habe es. Und hier gibst du dann deine IBAN ein, deine Bankleitzahl oder den Namen der Bank. In meinem Fall ist es zum Beispiel die N26 Bank. Wie du siehst, hat er die direkt gefunden. Und wir können hier auf Weiter klicken. Wenn er dann dieses Ganze gefunden hat, klicken wir auf Öffnen, sieh ihre Bank. Und wir gelangen ins nächste Fenster, wo ich mich dann mit meinen Bankdaten einmal anmelde. Was du auch tun solltest. Und dann kannst du bei deiner Bank die Zulassung erteilen, dass eBay darauf Zugriff hat. Beziehungsweise dementsprechend ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wird. So, wenn du das Ganze dann vollzogen hast, wie du siehst, wurde meine Bank dann ausgewählt. Wir sehen hier die IBAN, die Endnummern der IBAN. Und somit wurde das Bankkonto mit deinem eBay-Konto verknüpft. Und du kannst hier auf Weiter klicken. So, im letzten Schritt haben wir hier nochmal das Prüfen und Bestätigen der persönlichen Daten, sowie die Bankdaten. Und hier schaust du das Ganze einmal nochmal durch, ob du alles korrekt angegeben hast. Wenn es nicht der Fall ist, kannst du nochmal zurück, um die Daten zu ändern. Ansonsten, wenn alles passt, klickst du einmal auf Bestätigen. So, und wie du siehst, haben wir nun ein eBay-Verkäuferkonto erstellt. Ein gewerbliches Verkäuferkonto. Und so sollte es dann bei dir dementsprechend auch aussehen. Du kannst jetzt zum Beispiel die Einführung machen, Tipps und Tricks anschauen. Du kannst ein Shop-Abonnement aussuchen und wählen. Das Ganze werden wir in den folgenden Videos bearbeiten, uns anschauen, wie wir das Konto denn komplett auch rechtlich einstellen. Deshalb schau dir das nächste Video unbedingt direkt an. Falls noch nicht geschehen und du alles nicht verpassen möchtest, abonnier gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du auf dem aktuellen Stand. Falls dir dieses Video hilfreich war, dann gerne auch einen Daumen hoch. Das motiviert mich für viele weitere Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist und wünsche Ihnen dementsprechend viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Alles Gute, ciao.